Wer sich mit dem Investieren beschäftigt und online, vor allem auf YouTube, nach Informationen sucht, der wird früher oder später auf Dr. Andreas Beck stoßen und sein sogenanntes Global Portfolio One, kurz GPO oder GPO machen wir es deutsch. Ja, Andreas Beck ist ein aus meiner Sicht wirklich hervorragender Analytiker und auch sehr sympathisch, das macht ihn auch zu einem beliebten Gast auf diversen YouTube-Kanälen und er ist auch grundsätzlich vom passiven Buy-and-Hold-Investieren in ein ETF-Weltportfolio überzeugt. Allerdings überzeugt mich sein Global Portfolio One überhaupt nicht. Er will mit dem GPO durch partielles Market Timing den Markt outperformen, also Alpha generieren und das erzeugt bei mir natürlich gewisse Reaktanzen und es wird mal Zeit für eine kurze Kritik am Global Portfolio One von Andreas Beck. Ich möchte jetzt allerdings kurz einmal schildern, was ist eigentlich dieses Global Portfolio One? Grundsätzlich betreibt Andreas Beck unter diesem Namen ein ETF-Weltportfolio. Es scheint vermutlich regulatorisch bedingt aus vielen, sich zum Teil überlappenden ETFs zu bestehen. Zwei Abweichungen zu typischen passiven Depots gibt es allerdings. Erste Abweichung, Beck strukturiert die ETFs nicht nach Marktkapitalisierung und auch nicht so sehr nach BIP-Gewichtung, sondern nach den Gewinnen der Unternehmen in den einzelnen Regionen. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber nur damit ihr es einmal gehört habt. Das führt aus meiner Sicht bisher nicht zu gravierenden Abweichungen von üblichen Portfolios, also von üblichen ETF-Weltportfolios. Zweite Abweichung, er hält in normalen Marktphasen 20% des Anlagevolumens in Cash, um sie bei einem Rückgang aller Kurse des Weltaktienmarktes unter hoher Volatilität sukzessive nach festen Werten zu investieren und sie bei einer Erholung ebenso regelbasiert wieder zu liquidieren. Er spricht hier von verschiedenen Regimen, unter denen er jeweils agiert. Heißt, wenn der Weltaktienmarkt normal läuft, hat das GPO immer 20% in Cash, hält sein Pulver trocken, wie manche aktive Anleger sagen. Und wenn dann ein Crash passiert oder die Kurse deutlich zurückgehen, dann legt er eben diese 20% in den Weltaktienmarkt. Und wenn die Kurse sich wieder erholen, alles sehr regelbasiert, kann man auch transparent nachlesen, dann geht er wieder raus. Ja, ich habe eine ganz schnelle Kritik an diesem Global Portfolio One. Das Produkt erfüllt nämlich schon mal gar nicht alle meine drei Killer-Kriterien für Anlagestrategien, habe ich auch schon mal eine Folge von gemacht, dieses Podcastes. Die Kosten scheinen zwar bezogen auf das investierte Kapital unter 1% pro Jahr zu liegen, das ist für mich das erste Killer-Kriterium. Aber ich kenne keine wissenschaftlich haltbaren, interessenkonfliktfreien Studien mit Datenreihen von mindestens 30 Jahren, die eine Überrendite und oder ein geringeres Risiko im Vergleich zu einem simplen Buy-and-Hold-Ansatz zeigen. Folgendes müsste gezeigt werden. Man baut ein Buy-and-Hold-ETF-Weltportfolio mit dem gleichen Risiko wie das GPO und vergleicht die Rendite von beiden. Und man baut außerdem noch ein ETF-Weltportfolio, Buy-and-Hold, mit der gleichen Rendite und vergleicht das Risiko. Solange das GPO hier nach Kosten und Steuern, ganz wichtig, nach Kosten und Steuern, nicht eindeutig besser ist, taugt es nichts. Darüber hinaus halte ich es für sachlogisch nicht möglich, dass Market-Timing systematisch funktioniert. Und am allerwenigsten, nachdem eine bestimmte, eventuell dominante Strategie bekannt geworden ist. Selbst wenn viele institutionelle Investoren aufgrund ihres fragwürdigen Risikomanagements ausgerechnet in einem Absturz verkaufen müssen. Ja, das ist so. Viele institutionelle Investoren müssen, gerade wenn die Aktien tiefstehen, verkaufen. Und das betrachten sie dann als Risikomanagement. Bisschen absurd für jeden, der sich mit Kapitalmärkten auskennt, aber so ist es. Selbst wenn das also der Fall ist, wird es für eine überlegene Market-Timing-Strategie, die eben genau im Absturz dann nachkauft, also antizyklisch agiert, immer genügend Kapital geben, das sie dann kopiert und damit dann auch wieder nivelliert. Wenn alle dasselbe machen, dann nivelliert sich der Vorteil. Ja, da das Konzept von Andreas Beck diese für mich extrem streng geltenden notwendigen Bedingungen nicht erfüllt, beschäftige ich mich nicht näher damit. Jetzt nochmal so ein paar, so eine kleine, etwas spitzfindige Anmerkung. Wenn Andreas Beck tatsächlich überzeugt ist von seiner Idee, mit 20% des für den risikoreichen Teil des Depots vorgesehenen Anlagevermögens Market-Timing zu betreiben, stellt sich mir die Frage, warum er dann nicht einen größeren Anteil dafür verwendet. Eigentlich müsste doch sein Portfolio durch die Decke schießen, wenn er einfach 100% so investiert und die Strategie funktioniert. Also wenn er sozusagen 100% und nicht 20% die Stäfchen im Trockenen hält und erst dann, wenn diese Regimen vorliegen, sie investiert und dann wieder rausgeht, wenn die Regimes nicht mehr vorliegen. Weil wenn er sagt, hey, ich bin in irgendeiner Form, sei es bei Rendite, sei es bei Risiko, besser als ein einfacher Buy-and-Hold-ETF-Weltportfolio-Anleger, ich mache mir die Mühe, natürlich nur, weil ich den Markt schlagen will in einer relevanten Hinsicht, dann könnte ich auch sagen, warum nur 20%, warum nicht 50%, 70% oder eben 100%. Also irgendwie ist das für mich ein bisschen inkonsistent. Fazit, ich schätze Andreas Beck wirklich für seine zahlreichen Kommentare, also guckt euch die Videos mit ihm ruhig mal an auf YouTube, das lohnt sich. Und seine Analysen sind wirklich spannend, ich habe nochmal so einiges von ihm gelernt, aber in sein Global Portfolio One habe ich definitiv absolut kein Vertrauen gefasst. Ja, in meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs habe ich für Einsteiger, ich hoffe maximal pragmatisch geschildert, wie und warum man sich ein hübsches, kleines ETF-Weltportfolio auf Buy-and-Hold-Basis gönnen sollte und dann hat man damit auch nicht so viel Schere rein und kaum Kosten. In der Community übrigens herrscht ein bisschen Uneinigkeit über die korrekte Benchmark, mit der das GPO von Beck verglichen werden sollte. Meine Meinung, eigentlich 100% Weltaktienmarkt, also rein risikoreich. Beziehungsweise man vergleicht es, wie oben beschrieben, mit einem Buy-and-Hold-ETF-Weltportfolio, das entweder die gleiche Rendite oder das gleiche Risiko hat. Ja, Begründung für die 100% Aktien-Benchmark, Beck hält die 20% des Anlagevolumens nur temporär und rein aus strategischen Gründen im Trockenen. Sobald der Markt bestimmte Eigenschaften zeigt, investiert er in Aktien-ETFs und bleibt so lange engagiert, bis der Markt wieder bestimmte Eigenschaften aufweist. Den Teil des eigenen Anlagevolumens, also des Privatanlegers von euch, den man Risiko anlegen will, sollte man also deshalb definitiv nicht ins GPO legen. Denn wenn ich risikoarm anlegen will, dann will ich eben nicht, dass das auch nicht temporär, will ich nicht, dass das in den Aktienmarkt geht. Denn der Aktienmarkt ist nicht risikoarm. Der Erschwankung ist intensiv. Beck selbst spricht gern davon, dass er seinen Kunden Planbarkeit bieten will. Darunter verstehe ich Volatilität, also die Schwankung möglichst runter, Rendite möglichst rauf. Heißt, die risikoadjustierte Rendite des GPO sollte nach Kosten und Steuern besser sein, als die eines ETF-Weltportfolios mit Beinen holt. Was meint risikoadjustierte Rendite? Da setzt man einfach nur das eingegangene Risiko, zum Beispiel in Form der Schwankung, mit der Rendite ins Verhältnis und sagt sich pro eingegangener Risikoeinheit, mathematisch gesehen, welche Rendite habe ich da rausbekommen. Und ich will natürlich pro Risikoeinheit ein Maximum an Rendite haben. Ja, da könnte man Thema Planbarkeit jetzt einfach das GPO gegen verschiedene Weltportfolios laufen lassen. Also zum Beispiel ein 100% Aktien und 0% Risikoarm oder ein 90% Risikoreich, 10% Risikoarm, 80, 20, 70, 30 etc. Und das für verschiedene sich überlappende und sich nicht überlappende Zeiträume testen und schauen, wo das Ding nach Kosten und Steuern die Nase vorn hat. Meine Vermutung fast immer nicht. Und ich bleibe grundsätzlich dabei, die eigentlich korrekte Benchmark ist das genannte ETF-Weltportfolio mit 100% Risikoreich in Aktien und 0% Risikoarm. Ich bin gespannt, wie eure Meinung ist zum GPO, wenn ihr mal davon gehört habt, wie so euer Eindruck ist, ob ihr auch das nachvollziehen könnt, was ich gerade gesagt habe. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Viel Spaß an der Börse wünsche ich euch. Macht was draus. Bis demnächst. Und Tschüss.